Sorgen Sie ab sofort bei jedem Film für ein passendes, leuchtenschönes Ambiente in Ihrem Wohnraum. Mit der EasyMax LED TV Hintergrundbeleuchtung. Rot zum Beispiel für Action, grün für Fußball oder pink für Romanzen. Die vier selbstklebenden Streifen mit je neun LEDs werden einfach an der Rückwand Ihres TV-Gerätes angebracht. Und über einen freien USB-Port mit Strom versorgt. Das ist alles und schon legen Sie fest, welche Stimmung Sie möchten. Natürlich ganz bequem mit der praktischen Multifunktionsfernbedienung. Die LED Hintergrundbeleuchtung ist auch ideal als Deko-Element zur akzentuierten Beleuchtung von Regalböden, Vitrinen und vielem mehr. EasyMax LED TV Hintergrundbeleuchtung für stimmungsvolle Lichteffekte im Wohnraum. Hier erhältlich. 2.5 Uhr